Wir sind heute in der Ratzefarm Arena und haben hier unser erstes Fanatec Ulm Grillfest. Wir dürfen heute einen exklusiven Blick hinter die Kulissen machen. Der Torsten hat uns erlaubt, das öffentliche oder ein Training zu besichtigen. Anschließend gibt es ein großes Foto mit der Mannschaft und danach sind alle unsere Mitglieder zum Grillfest, amerikanisches Barbecue eingeladen und einen schönen Abend mit der Mannschaft zu genießen. Erstens möchte ich sagen, das beste Mascott. Es ist großartig. Ich höre viele Geschichten. Sie können sehen, dass alles wahr ist. Ich höre von John, von Roby und es ist wirklich großartig, ein Teil dieser großen Leute zu sein, in der Gym und außerhalb und eine große Familie der Fans zu sein und einen Teil dieser großen Leute zu sein. Hallo Fangemeinde! Wir sind hier schwer beim Grillen und die Leute nehmen hier kein Ende. Hoffentlich reicht alles, aber ich denke schon. Die neue Mannschaft lässt sich echt super an. Und ja, Kai ist jetzt erst zugestoßen und ich denke mal, das wird schon was.